Die Zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion Keine anderen Götter habt neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiel nicht, was dem anderen seien. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggle 66, Stunde der Wahrheit. Die nächste Lesung steht an, aus dem wundervollen Buch von 1545, das Martin Luther als wohl sein letztes Werk schrieb. Von wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Das ist die zwölfte Lesung, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und das mache ich heute am 3. Oktober 2017. Wo ja in Deutschland der Tag der Deutschen Einheit gefeiert wird. Naja, Tag der Deutschen Einheit. Ich habe heute vor 27 Jahren, eine kleine Einleitung mal eben, den Tag in Berlin verbracht, um zur Einheitsfeier 1990 da anwesend zu sein. Ich bin spezial aus Brüssel angereist, wo ich Anfang des Jahres hinversetzt wurde als Obermart der Bundesmarine, um da noch 3 Jahre zu dienen. Weil mir der Platz, wo sie mit Deutschland angewiesen haben, um noch ein paar Jahre zu dienen, nicht gefallen hat. Naja, bin ich halt nach Berlin gefahren. Ich war ja damals ein Bundeswehrsoldat, ein toller Typ. Und ich habe mein Vaterland so furchtbar lieb. Ich wollte nie in meinem Leben was anderes sein. Und mir fiel auch gar nichts Besseres ein. So ungefähr hat Mike Krüger das gesungen in der Zeit, wo ich noch jung war. Ja, ja, da bin ich spezial nach Berlin gefahren und habe da die Einheitsfeier mitgemacht am Brandenburger Tor. Sektflasche aufgemacht um Mitternacht. Ich glaube, ich war da mit der Schwester vom Vorgesetzten von mir oder was. Weiß ich gar nicht mehr genau. Am nächsten Tag, so wird er durch Berlin gezogen. Und ich hatte mir natürlich so ein tolles T-Shirt gekauft mit der Deutschlandfahne drauf. Und 3. Oktober 1990, bla bla, alles da auf dem T-Shirt. Und dann kamen da irgendwelche Anarchos und hatten mir dann Pfefferspring ins Gesicht gespritzt. Das war überhaupt nicht lustig, weil das tat saumäßig weh. Ja, ich war für die natürlich ein Idiot, nach dem Motto von ein Patriot. Das bin ich heute auch nicht mehr. Und dass ich in der Bundeswehr war, das wird der Herr mir wohl verzeihen. Nehme ich an, dafür habe ich zumindest gebetet. Man kann ja nichts für den ganzen Mist, den man gemacht hat, bevor man errettet wurde vom Herrn. Bei mir gehörte halt zu, dass ich acht Jahre lang in der Bundeswehr war. Und das Witzige ist halt mit dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, das war ja davor ein anderer Tag. Das war der 17. Juni. Das war der Grund, weshalb ich niemals während meines Geburtstages zur Schule musste. Ich bin am 17. Juni geboren, am Tag der Deutschen Einheit. Naja, und dann ist sie das dann weggenommen haben. Na was, 1990, da ging ich nicht mehr zur Schule. Also von daher, gut, aber sonst habe ich an meinem Geburtstag nie arbeiten müssen. Naja, Geburtstag ist auch völlig wurscht. Heute mache ich mir da nichts mehr draus. Ich werde in meiner Ansicht jeden Tag neu geboren, wenn ich morgens aufwache, durch die Gnade des Herrn und einen neuen Tag geschenkt bekomme. Weil bei meinem Geburtstag vor so und so vielen Jahren war ich ja gar nicht dabei. Kann ich mich ja nicht erinnern. Also warum soll ich das feiern? Und außerdem sind Geburtstage in der Bibel lediglich an Pharao und an Herodes gelingt. Also an Heiden. Und von daher feiere ich meinen Geburtstag nicht und erkenne auch sonst keine Geburtstage an. Jedenfalls, nur mal eben kurz zur Einladung. Heute ist also der 3. Oktober, der Tag der deutschen Einheit. Ja, wo ich damals auch dachte von, ja ist ja wunderbar, jetzt wird die Welt endlich besser. Ja, ja, ja. Heute wissen wir es besser. Wir haben nämlich gelesen von, in dem Buch, wie heißt das jetzt wieder, Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlian, was ich ja auch demnächst, den Rest endlich veröffentlichen werde. Haben wir ja einige Hintergründe darüber gelernt und auch sonst wissen wir, dass das alles natürlich nur jesuitisches Theater war. Wusste ich ja damals nicht. Also wie gesagt, heute vor 27 Jahren war ich in Berlin und heute bin ich halt hier in Löwen in Belgien. Und mache jetzt die 12. Lesung des wunderbaren Buches von Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. Wir sind angekommen auf Seite 73 und wir fangen an mit einem neuen Kapitel, das heißt das Anderstück. So wie Luther damals auf Seite 21 hier angekündigt hat, dass er eben 3 Stücke nehmen will, um aufzuzeigen, wie der Papst der Antichrist ist. Und 3 Stücke habe ich mir fürgenommen, sagt er 1, ob es wahr sei, dass der Papst zu Rom sei das Häupt der Christenheit, über Konzilia, also über die Konzilien, Kaiser, Engel und alles etc., wie er sich rühmet. Nun das hatten wir ja nun deutlich gelegt, hauptsächlich auf Basis von Matthäus 16 und auch Matthäus 18, wie der Papst sich das eben aneignet, aber wir eben auch gelernt haben, dass das eben eine Falschauslegung ist. Das Ander, ob es wahr sei, dass ihn niemand könne urteilen, richten, absetzen, wie er brüllet. Das ist das Anderstück und das fängt jetzt an auf Seite 73 oben. Also für diejenigen, die gerne mitlesen möchten, da fangen wir jetzt an. Ob es wahr sei, dass den Papstesel niemand urteilen noch richten könne, wie er raset in seinen Dekreten, kann ich diesmal nicht in die Länge handeln. Will es aber, so ich lebe, hernachtun, ob Gott will. Tja, also Luther hat sich hier bereits bei dem anderen Stück, wir hatten nämlich über das erste Stück, 50 Seiten lang gelesen. Mit dem anderen Stück und dem dritten Stück nimmt er sich im Total nur 13 Seiten. Und er wollte das gerne in der Zukunft, so Gott will, das noch ein wenig vertiefen und ein weiteres Buch darüber schreiben, wie er da hier sagt. Leider ist es aber so, wie er sagt, will es aber so, ich lebe, hernachtun, ob Gott will. Ja, Gott hat ihn vorher zu sich gerufen, weil Martin Luther ist dann im Frühjahr 1546 verstorben. Über die Umstände ist nicht viel bekannt, wie gesagt, ich habe da ja schon ein paar Mal drauf angesprochen, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass Martin Luther ausgerechnet, mehr oder weniger zu Beginn des Konzils von Trient, wo er ja so viel über die Konzilien geschrieben hat und geurteilt hat, dass er ausgerechnet zu Beginn dieses Konzils von Trient auf einmal da hinschreitet, in der ziemlich jungen, im ziemlich jungen Alter doch noch von 63 Jahren. Also da muss man, da kann sich halt jeder seine eigenen Gedanken drüber machen. Ich will da auch gar nicht irgendwelche Dinge inszenieren, ich habe da nur meine eigenen Gedanken drüber. Und es ist halt so, dass Luther eben sagt, dieses andere Stück und auch das letzte Stück, das nimmt jetzt gerade mal 13 Seiten in diesem Buch ein, Da konnte er also leider in der Zukunft nicht weiter drauf eingehen, weil es Gott gefiel, ihn zu sich zu rufen. Er fährt fort, kürzlich zu sagen, hast du droben im ersten Stück gehört, was der Papst für ein Teufelsgespenst, Gotteslästerer und Stifter allerlei Abgötterei und Mensch der Sünden und das Kind des Verderbens sei. Darum ist hier auf dieses Stück zu antworten, kürzlich, dass den Papst freilich niemand Macht hat zu richten, noch zu verdammen auf Erden, ohne allein alles, was getauft ist oder noch eine menschliche Vernunft hat und alle Kreatur Gottes. Denn ein Mensch, so getauft wird, muss zuvor oder seine Paten an seiner Stadt geloben, dass es entsagt dem Teufel und allen seinen Werken und allen seinem Wesen. Nun, über das kleine Stück hier bei der Teufel will ich mal ganz kurz einen Kommentar geben. Ein Mensch, so getauft wird, muss zuvor oder seine Paten an seiner Stadt. Da sprechen wir also wohl über die unbiblische Kindertaufe, die ja in der römisch-katholischen Kirche tief verwurzelt ist, bis heute. Paten, die an seiner Stadt geloben. Wie kann denn ein anderer geloben, er für etwas für mich? Nur wenn er mich kontrolliert. Naja, also, dass es entsagt dem Teufel und allen seinen Werken und allen seinem Wesen. Nur ist des Papstwesen und sein Werk nichts denn des Teufelswerk und Wesen, wie gnugsam beweiset ist. Darum ist ein jeglich Kind in der Taufe nicht allein ein Richter über den Papst, sondern auch über seinen Gott, den Teufel gesetzt. Dazu ihn geboten, dass es sollte und müsste den Papst, Teufel und alle sein Wesen richten, verdammen, meiden, fliehen und mit Füßen treten. Wie Psalm 91 sagt in Vers 13 Auf dem Leben und Ottern wirst du gehen und treten auf den Jungen Leben und Trachen. Ende Zitat Und 1. Korinther 6 In Vers 2 fortfolgende steht Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? So nur die Welt soll von euch gerichtet werden, seid ihr denn nicht genug, geringer Sachen zu richten? Wisset ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Ja, jedes Mal, wenn mir die Leute vorwerfen von Wir sollen nicht richten, wir sollen nicht richten, Ja, was steht denn hier? Was steht denn hier? Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wer sind denn die Heiligen? Biblisch gesehen Biblisch gesehen sind die Heiligen diejenigen, die Jesus Christus und seinem Gesetz folgen. Die an Jesus Christus glauben und die für ihn leben und auch bereit sind für ihn zu sterben. Genauso wie er für uns gestorben ist. Das ist nämlich das größte Zeichen der Liebe, das man machen kann für einen Freund zu sterben. Und genau das hat Jesus Christus getan. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Und wenn das Leben darauf hinaus dreht, dass wir für ihn sterben, genau das Gleiche. Und das macht uns heilig. Heilig sind die Lebenden in Christus hier auf Erden. Nicht irgendwelche Toten, die dann mit irgendwelchen Abgöttereien, also mit irgendwelchen Bilden, Abbildungen, Gemälden, Statuen oder sonst wie geehrt werden. Oder wie die römische katholische Kirche natürlich bis zum Exzess praktiziert, die Anbetung von Maria. Das ist nichts anderes als Abgötterei und unheiligen, Totenverehrung, will ich mal sagen. Weil Maria ist eine Heilige. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber sie ist nicht die Maria, zu der die römisch-katholische Kirche sie macht oder machen möchte. Sie liegt tot in ihrem Grab und wartet auf die Wiederauferstehung. Auf die erste Wiederauferstehung. Genau wie, ich sag jetzt mal zwischen Anführungsstrichen, wir. Das ist unsere Hoffnung. Seht ihr, das ist auch ein ganz großer Unterschied zwischen der römisch-katholischen Kirche und der protestantischen Lehre, also der biblischen Lehre. In der Bibel steht deutlich geschrieben, dass wenn man glaubt an Jesus Christus und ihn bekennt, dass man dann gerettet ist. Die römisch-katholische Kirche gibt dir nie diese Sicherheit der Rettung. Die Sakramente dienen dazu, die musst du alle erfüllen. In der Beichte musst du alle Sünden aufbichten, Sünden, die du vergessen hast, Sünden, von denen du selbst nicht weißt, dass du sie begangen hast. Die musst du alle nennen, sonst kommst du ins Fegefeuer. In der römisch-katholischen Kirche ist Erlösung niemals sicher. In der Bibel ist sie sicher. Die Bibel sagt ganz klar, wer an Jesus glaubt, der ist gerettet. Und Jesus sagt ganz deutlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ich mich daran halte, dann habe ich auch die Gewissheit, dass ich errettet bin. Im Gegensatz zu in dieser Welt, der römisch-katholischen Kirche, da habe ich nie die Gewissheit, dass ich errettet werde. Da muss ich immer noch etwas machen, noch mehr Geld geben, noch mehr Sakramente folgen, noch mehr dies, noch mehr das. Die römisch-katholische Kirche gibt niemandem die Sicherheit, gerettet zu sein. Kann sie auch nicht. Weil wer in die römisch-katholische Kirche geht und da seine Erlösung sucht, der ist verloren. Denn es ist die Synagoge Satans, wie wir ja das ganze Buch über hier bis jetzt gelesen haben. Aber diese zwei Sprüche aus Psalm 91, Vers 13 und 1. Korinther 6, Vers 2 und fortfolgende, die ich gerade vorgelesen habe, finde ich wichtig. Und wenn ihr mir erzählt, ich soll nicht richten, ja warum denn nicht? Steht doch hier drin. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? So nur die Welt soll von euch gerichtet werden, seid ihr denn nicht genug, geringer Sachen zu richten? Wisset ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Etc. In Epheser 2 fährt er fort. Gott hat uns samt Christo auferweckt und samt ihm ins himmlische Wesen gesetzt. Ich hoffe, in dem himmlischen Wesen könne man richten Teufel, Papst, Welt, Sünde, Tod und Hölle. Zum anderen sagt alle menschliche Vernunft, dass, wer ein Ding nicht versteht noch kann, der könne nicht dasselbe richten, noch etwas nach demselben urteilen, loben oder schelten, verdammen oder preisen. Denn es muss erkannt und verstanden sein, was man urteilen soll. Nun ist droben beweiset, also im ersten Stück, und ist die öffentliche Wahrheit, dass der Papst, Kardinal und ganzer römischer Hoff und Rotten nichts anders sind, denn ein Stall voll großer, grober, töpischer, schändlicher Esel, die nichts können in der Heiligen Schrift. Nichts wissen, was Gott, was Christus, was Kirche, was Bischof, was Gottes Wort, was Geist, was Taufe, was Sakrament, was Schlüssel, was gute Werk sind, Das sind dafür handen starke Zeugen genug, ihre Bücher, ihre Dekrete und Dekretale, ihre Sextenten, Clementinen, Extravaganten, Bullen und unzählige Bücher. So lebe ich, Doktor Martinus, noch neben anderen mehr, der ich in des Papstschule und Eselstall erzogen und Doktor Theologie worden, ja, ein gelehrter, guter Doktor Grümet auch also gewesen bin, Dass ich Traven gar sehr, also Traue gar sehr, wohl weiß und wahrhaftiglich sehr wohl zeugen kann, wie tief, hoch, breit und lang ihre Kunst sei in der Heiligen Schrift, nämlich, dass sie sehr feindselige Esel sind. So zeugen die Juristen selbst mit öffentlichen Worten, dass das geistlich Recht stinke nach Eitelgeiz, Ehre und Gewalt, und ein Kanonist sei ein Esel. Und ist beides wahr? Lieber, woher haben sie sich solch Urteil anders, denn aus der menschlichen, natürlichen Vernunft? Und richten damit den Papst, dass er sei ein ehrsüchtiger, stolzer, unsätiger Geizhals, ein Bauchknecht und, wie wir in Epheser 5, Vers 5 lesen können, Diener des Mammon, welches St. Paulus nennet Götzendienst und Abgötterei. Wenn die Juristen den Papst also urteilen, loben und preisen, wo wollen wir Theologen Wort nehmen, dass wir ihn verdammen und schelten? Heißt das nicht, den Papst recht gemalet? Dass er sei mit der Tat und Lehre vom Teufel besessen und getrieben? Und findet sich, dass er Magister Fidei, Regula Ecclesiarum sei, das ist ein Lehrer des Mammon, Geiz und Eitelabgötterei, ein Doktorin der Bubenschule? So lieben Juristen, lobet den Papst nur wohl und getrost und macht's so verdrießlich, dass wir Theologen nicht Raum haben können, jenen Ärger zu urteilen. Nun, das tut die Vernunft, die so urteilt. Zum Dritten, so kann auch ein natürlicher Esel, der Säcke in die Mühle trägt und Disteln frisst, den heiligen römischen Hof richten. Ja, alle Kreatur mit ihm, denn ein Esel weiß, dass er ein Esel und keine Kuh ist. Idem, er weiß, dass ein Männlein kein Fräulein ist. Ein Stein weiß, dass er Stein ist, Wasser ist Wasser und sofort durch alle Kreatur. Aber die rasende Papstesel zu Rom wissen nicht, dass sie Esel sind, ja, wissen auch nicht, ob sie Weiber oder Männer sind. Summa, sie können nichts, denn Stift, Klöster und der Welt Güter fressen. Königen, die Kronen rauben und stehlen und eitel unnatürlich verkehrt, teuflisch Werk und Wesen führen, darüber alle Kreatur erschrickt, zittert, bebet und schreit über den Eselstall zu dem, der sie solchen verderblichen Dienst unterworfen hat. Wie wir in Römer 8 lesen können, dass er, sie wolle, erlösen. Er wird tun in kurzem. Luther holt hier also an, Römer Kapitel 8, Vers 23. Da wollen wir eben schauen, was die Lutherbibel dazu sagt. Da steht, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst. Denn wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung. Ja, unser Leib wird erlöst in dem Moment, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Dann haben wir die Erlösung, dass wir von diesem korrupten Fleisch auch endlich befreit sind. Ja, was fragt der Papst nach solchem Urteil, wenn ihn niemand da strafen noch absetzen, also wenn niemand traut, sich ihn zu strafen oder abzusetzen? Wollan? Ich wollte nicht, dass er danach fragt. Er ist nicht wert, dass er danach fragen sollte. Balaam fragt auch nicht danach, wie wir im vierten Buch Mose Kapitel 22, Verse 28 fortfolgende lesen können. Balaam fragt auch nicht danach, dass er von seinem Esel und danach vom Engel gestraft ward. Die Sodomiten fragten auch nicht danach, dass sie von Lot gestraft wurden, wie wir im ersten Buch Mose Kapitel 19, Vers 7 fortfolgende lesen können. Sie sprachen, bist du ihr Richter? Uns ist genug, dass wir wissen, der Papstesel sei von Gott selbst, von allen Engeln, von allen Christen, von aller Vernunft, von allen Kreaturen, von ihrem Eigengewissen, auch von allen Teufeln verdammt, dass wir von ihm und seiner Abgötterei und Gotteslästerung frei mit fröhlichem Gewissen wieder ihnen lehren und beten, ihn anspeilen dürfen, ihn meiden und fliehen wie den Teufel selbst. Wer aber will selig sein, der meide, fliehe und verdamme den Papst, wie den Teufel sei. Selbst samt seinen Werken und Wesen, wie uns unsere heilige Taufe lehret und ermahnet. Lass dies Urteil nur vorhergehen. Der Nachrichter wird sich mit seinem Urteil nicht säumen, wie St. Paulus sagt im 2. Thessaloniker Kapitel 2. Vers 8 Zitat Der Herr Jesus wird ihn töten mit dem Odem seines Mundes und zerstören mit seiner hellen Zukunft. Ende Zitat Also bei seiner Wiederkunft ist das mit seiner hellen Zukunft. Ja, du aber und dein Haufe sind verdammte Ketzer. Euer Urteil ist nichts gegen des römischen Stuhls Urteil, wie St. Paolo Terzia in den Kaiser Karol schreibt, dass ihr nicht sollet im Concilio zugelassen werden. Nun sagt Luther hier weiterhin, erstlich antworte ich lateinisch. Und dann folgen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Reihen, wo Luther eine lateinische Litanei von sich gibt. Und wie ich bereits angekündigt hatte, das ist ja im deutschen Buch nicht übersetzt ins deutsche, leider. Also greife ich hier mal eben zurück auf die englische Version und werde das in Englisch vorlesen und dann probieren das so gut wie ich kann, das so hier aus dem Stehgreif ins deutsche zu übersetzen und euch zu sagen, was er hier nämlich sagt. Also, er sagt hier, first I shall answer in Latin, also zum ersten werde ich in lateinisch antworten. Und dann sagt er, Zitat, I ask and demand in the name of all of us from the Roman see, namely from the one which decides whether the popes are men or women. If they are men, they should produce witnesses against us heretics. Das heißt soweit auf Deutsch, ich frage und fordere in dem Namen von uns allen von der römischen, also vom römischen heiligen Stuhl, nämlich von demjenigen, der beschließt, dass entweder die Päpste Männer sind oder Frauen sind. Wenn sie Männer sind, dann sollten sie Zeugen produzieren gegen uns Heretiker. Und fährt fort, If they are women, I will quote the saying of Paul, The woman should keep silence in the churches. Wenn sie aber Frauen sind, dann werde ich Paulus zitieren im 1. Korinther 14, 34. So, dann mache ich das jetzt mal eben hier auf, nebenbei, dass wir das lesen können, weil da steht nämlich drin im 1. Korinther 14, Vers 34, Eure Weiber lasst schweigen unter der Gemeinde, denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, sondern untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. Zu dem 1. Korinther 14, 34 könnte ich mal ein ganzes eigenes Video machen, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr mich da mal zu fragen, dann kann man das vielleicht mal in einem eigenen Video erörtern. Es geht hier hauptsächlich darum, warum eben auch normalerweise Frauen eben nicht ordiniert sind zu lehren, aber da kann man auch ins Alte Testament zurückgehen. Jedenfalls sagt Luther das hier, dann werde ich zitieren, was Paulus gesagt hat, 1. Korinther 14, 34, wie gerade eben vorgelesen, Eure Weiber lasst schweigen unter der Gemeinde, denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, sondern untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. Also mit anderen Worten, wenn der Papst dann Mann ist, dann lass ihn Beweise vorbringen gegen uns Heretiker. Wenn er aber Frauen ist, dann antworte ich mit dem Spruch von Paul, aus 1. Korinther 14, 34 und fährt fort, Es ist wichtig, um dieses zu fordern, in der Hinsicht, dass dieses alte Gerücht, das bekannt ist durch ganz Europa, dass die Moral im Verfall sich befindet. So, was Luther hier sagt, ist furchtbar wichtig. Es ist sehr wichtig, stellt er hier vor, um zu fordern, in diesem Gerücht, dass die Moral im Fall begriffen ist zu sein. Es wird gesagt, fährt er hier fort, hört gut zu, es ist gesagt, dass Könige und Königinnen in der römischen Kurie nichts weiter sind als Hermaphroditen, Androgeniten, Zynoidiens und Pedikons und vergleichbare Monster in ihrer Natur. Diese sind alle inkompetent, um Heretiker zu verurteilen. So, diese Aufzählung, was das hier ist, Hermaphroditen, Androgeniten, Zynoidianen und Pedikons, hier zählt Luther im Grunde auf alle Arten sexueller, perverser Personen, perverser Richtungen. Es gibt außer Sodomiten noch ganz andere Bezeichnungen, mit denen man eben die Leute in der römisch-katholischen Kurie bezeichnen kann und Luther führt hier einige an. Hermaphrodites, Androgenites, Zynoidians und Pedikons. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ein paar von diesen Wörtern im Internet herauszusuchen, aber im Großen und Ganzen läuft es alles darauf hinaus, Das sind alles nur andere Worte für, also, Sodomiten, welche, die sich zweigeschlechtlich vortun, und Pederasten und alles drum und dran. Also, die ganzen Worte jetzt bis ins Detail hier zu besprechen, da geht es ja auch gar nicht drum, aber Luther nennt sie hier halt Hermaphroditen, Androgeniten, Zynoidianen und Pedikons und das sind eben eine Liste von sexuell pervertierten Personen. Und diese, sagt Luther, sind alle inkompetent, also haben keine Kompetenz, um Heretiker zu verurteilen. Das ist, was in diesem Absatz auf Latein geschrieben, auf Seite 75 im Buch steht. Zum anderen, fahren wir dann auf Seite 75 im nächsten Absatz fort, habe ich droben beweiset, also mit der ersten Stellung hauptsächlich, dass die Papstesel des römischen Stuhls große, grobe Esel sind, über die Masse ungelehrt in der Heiligen Schrift, also, dass sie auch nicht das Vaterunser noch Zehengebot oder den Kinderglauben verstehen, wie ihre Bücher zeugen. Darum kann es ihres Tuns nicht sein, zu urteilen, was Ketzerei oder christlich sei. Denn zu solchem Urteil gehöre der Heiligen Schrift Verstand. Weil Ketzerei nichts anderes ist, nach aller alten und neuen Lehrerzeugnis, denn ein halsstärriger Irrtum, wieder die Heilige Schrift. Bumm! Das ist ein wichtiger Satz, den wir uns hinter die Ohren schreiben müssen. Denn zu solchem Urteil gehöre der Heiligen Schrift Verstand. Weil Ketzerei nichts anderes ist, nach der alten und neuen Lehrezeugnis, denn oder als ein halsstärriger Irrtum, wieder die Heilige Schrift. Das ist Ketzerei. Irrtum, wieder die Heilige Schrift. Nicht, was die römisch-katholische Kirche sagt. Ketzerei ist das Nicht-Einverstandensein. Ketzerei ist das Nicht-Gehorchen des Papstes, also das Nicht-Einverstandensein mit dem römisch-kanonischen Recht. Das, sagt die römisch-katholische Kirche, ist Ketzerei. Ihr nicht zu gehorchen. Ihren Traditionen nicht zu gehorchen. Ihren dekretalen Bullen und anderen Schriftstücken nicht zu gehorchen. Das, sagt die römische Kirche, ist Ketzerei. Aber Ketzerei ist, nach alten und neuem Lehrerzeugnis, nichts anderes als halsstärriger Irrtum, wieder die Heilige Schrift. Und die römisch-katholische Kirche stellt sich über die Heilige Schrift. Die römisch-katholische Kirche sagt, die Heilige Schrift ist die Basis der Autorität, aber ebenso ist es die Tradition. Und diese Tradition steht über der Schrift. Also, darum sagen die Protestanten, Sola Scriptura, die Bibel und die Bibel alleine ist schlussendlich der Meister unseres Gewissens. Das Wort Gottes. Die römisch-katholische Kirche sagt, ja, jedoch steht die Tradition, also die menschengemachte Tradition und die menschengemachten Gesetze, über der Bibel, also nicht Sola Scriptura, sondern Tradition. Menschengemachte Tradition und menschengemachte Gesetze stehen an erster Stelle bei der römisch-katholischen Kirche. Und eben nicht, wenn ich ein bibelgläubiger Jesus Christus folgender Mensch bin. Dann steht für mich sein Wort an erster Stelle. Und das ist der ganz große Kasus Knacktus. Deswegen kann es auch für einen Christen niemals einen Beitritt in eine ökumenische Bewegung geben. Das ist unmöglich. Weil dann muss ich die Kompromisse machen, dass ich nicht mehr die Bibel als meine höchste Autorität akzeptiere. Und in dem Augenblick, wo ich das aufgebe, gebe ich Christus auf. In dem Augenblick, wo ich das aufgebe, folge ich nicht mehr Christus, aber folge ich Antichrist. Das muss man verstanden haben. Da geht es drum. Die römische-katholische Kirche probiert mit aller möglicher Sophisterie und Kasisterie die 95 Thesen zum Beispiel von Luther derart hinzuwiegen, dass sie sagen von Okay, das haben wir alles geändert, alles verfüllt. Die römisch-katholische Kirche hat gar nichts verändert. Wisst ihr, in diesem Schreiben vom Konflikt zur Gemeinschaft hatte ich den Satz vorgelesen, dass es nicht darum geht, eine andere Geschichte zu erzählen, aber die Geschichte anders zu erzählen. Und genau das ist, was die römisch-katholische Kirche mit all diesen Dingen macht. Sie sagt nicht andere Dinge. Sie verändert sich nicht. Sie sagt die Dinge nur mit anderen Worten. So, und wenn man das nicht versteht, das ist eben die, das ist die Kunst der Sophisterie und das ist die Kunst der Kasuistik. Wenn ich das nicht verstehe, dann gehe ich dem Teufel auf den Leim. Da läuft es drauf hinaus. Kerzerei ist nichts anderes, denn heilsstarriger Irrtum wieder die Heilige Schrift. So, und wenn ich die Heilige Schrift nicht als Basis meiner Autorität, als Basis meines Gewissens habe, dann habe ich den Antichristen als Basis meines Gewissens und meiner Autorität. Und nicht Jesus Christus. So einfach ist das. Es ist so einfach. Nun, Luther fährt hier fort und ich muss gleich mal gucken, da muss ich gleich auf Seite 363 gehen, eine der wichtigsten Seiten. Zum Dritten sagt Luther hier, da unser Confessio anno 30 zu Augsburg, also damit meint er 1530, die Confession zu Augsburg, das im Grunde auch das Konzil zu Speyer wohl war, was er hier mit anspricht, 1529, 1530, also die Confession, die Glaubensbekenntnis der Protestanten zu Augsburg, da unsere Confession 1530 zu Augsburg für den Kaiser und ganz im Reich verhöret ward, fragten jenes Teils Fürsten ihre Theologen, ob man solch's mit Schrift verlegen könnte. Antworten Sie, nein, mit der Schrift könnte man's nicht verlegen, sondern mit den Bätern und Konzilien. Darauf etliche großen Lächeln sprachen, unser Theologen verteidigen uns fein, sagen, dass jenes Teil habe die Schrift für sich, wir aber für uns die Schrift nicht haben. Aus solchem Bekenntnis und Zeugnis unseres Widerparts haben wir, dass wir nicht Ketzer sein können, weil wir die Schrift haben, weil wir die Schrift haben, weil wir die Schrift glauben und weil wir die Schrift bekennen. Aus solchem Bekenntnis und Zeugnis unseres Widerparts haben wir, dass wir nicht Ketzer sein können, weil wir die Schrift haben, glauben und bekennen. Denn so die sollen Ketzer und Nicht-Christen sein, die da gläuben und bekennen die Heilige Schrift. Wer sind sie denn, die da Christen sein mögen? Also wenn es nicht die Christen sind, die die Heilige Schrift bekennen, wer sind denn dann die Christen? Sind es die, so Markkolfum und Dietrich von Bern oder Uhlenspiegel lesen? Tja, jetzt sollten wir natürlich mal wissen, was meint er denn hier mit Markkolfum oder Dietrich von Bern oder Uhlenspiegel? Uhlenspiegel ist ja ziemlich deutlich, das versteht ja nun jeder, ne? Eulenspiegel. Also in der Fußnote am Ende auf Seite 263 in der englischen Version steht hier, das sind Charaktere der mittelalterlichen deutschen Sagen. Markkolf erscheint als der Gegenspieler von König Salomon in einem Gedicht aus dem 12. Jahrhundert. Dietrich von Bern ist das Pseudonym für den ostrogotischen König Theodorik der Große, der lebte 526 in der Nibelungensage, also aus dem Nibelungenlied. Und Till Eulenspiegel ist der abenteurerische Narr in einer norddeutschen satirischen Arbeit von 1500. Gibt es ja auch diesen YouTube-Kanal, Till Eulenspiegel, der sich auch sehr mit Christentum beschäftigt in seinen Videos. Ja, also ich urteile nicht, soll sich hier jeder mal selbst seinen Kanal angucken, ich kann ihn empfehlen, der macht sehr gute Videos. Der Till Eulenspiegel-Kanal, aber es ist halt lustig, dass das hier aufgeführt wird. Im Deutschen heißt das hier Uhlenspiegel, im Englischen schreiben sie richtig Till Eulenspiegel. Ja, ich bin damals, als ich noch zur Schule ging, da war ich glaube ich 16 oder sowas, da haben wir mal eine Klassenreise gemacht. Und da sind wir da bei dem Till Eulenspiegel gewesen, wo war das, in Mölln oder sowas da, in Schleswig-Holstein da oben, wo der herkommt. Also, um hier mit Luther weiterzugehen, den Satz nochmal eben. Wer sind sie denn, die da Christen sein mögen? Wenn also nicht diejenigen wie wir, die die Schrift bekennen und glauben, sind es Mark Keufum oder Dietrich von Bern oder die Eulenspiegel lesen? Also die Leute, die diese Werke lesen, anstatt die Heilige Bibel? Sind das denn die Christen? Oder, dass gleich viel und noch ärgerest, die des Papstes Dreck und Stank lesen? Wohlan, wir sind keine Ketzer. Das zeugen unser Widerpart selbst, daher sie auch uns hinfurt nicht Ketzer haben dürfen nennen. Sondern etliche haben uns Schismatikos, also Schismatiker, etliche die Unbequemen, etliche die Neuerung machen, bis sie uns nur die Protestierenden Stände nennen. Denn sie müssen sich für dem Wort Ketzer schämen, als die sehr wohl wissen, dass es ein öffentlicher Lügen und Lästerung sei, welche sie nicht mit Buchstaben beweisen können und trotz sei ihnen geboten. Jetzt folgt noch ein sehr wichtiger weiterer Abschnitt auf Seite 76. Und das ist im Grunde der Grund, weshalb ich das Buch überhaupt damals angefangen habe zu lesen. Ich habe mal irgendwo in einem englischsprachigen Video eine Aussage von Martin Luther wohl gelesen oder dass das Werk hier erwähnt wurde. Und dann habe ich mir das Englische damals, also die Aussage hier besorgt. Und da war eine Aussage von Martin Luther, die hier kommt, die ist im Englischen auf Seite 263 und da kommen wir jetzt gleich im nächsten Absatz drüber hin. Und das finde ich schon sehr wichtig, weil schlussendlich war das, was Luther in diesem Absatz, der jetzt gleich kommt, gesagt hat, der Grund, weshalb ich mir das Buch überhaupt angeschafft habe und in Deutsch gelesen und jetzt euch vorlesen tue. Er fährt also fort und hier wird der Papst auch von seinen Theologen geurteilt und gestraft als ein Lügner, dass er uns Ketzer schillt, also schimpft, da sie Nein zu sagen, gleich wie er droben von seinen Juristen verurteilt und gestraft wird als ein Lügner, dass er die Schlüssel nicht habe aus Matthäus 16, Weil sie da selbst allein verheißen und nicht gegeben sind. Also gar gewiss ist's, dass ihn niemand richten noch straffen kann. Ich richte und straffe ihn trauen auch nicht, ohne dass ich sage, er sei vom Teufel hinten aus geboren, voller Teufel, Lügen, Gotteslästerung, Abgötterei, Stifter derselben, Gottesfeind, Widerchrist, Verstörer der Christenheit, Kirchenräuber, Schlüsseldieb, Hurenwirt und Sodoma Vogt und was droben mehr gesagt ist. Das heißt aber nicht geurteilt, gerichtet noch verdammt, sondern sind eitel Lobesprüche und Ehrenwort, damit niemand zu loben und zu ehren ist, on der Satanismus, der Papst. Und wäre fein, dass er sie müsste an seiner Kron und Stirn gegraben und gebrannt tragen, das sollt seiner Sataniati viel ehrlicher anstehen, weil es die laute reine Wahrheit ist, denn dass er ihm die Füße küssen lässt. Ich richte und straffe ihn übrigens auch nicht, ohne dass ich sage, er sei vom Teufel hinten aus geboren, also dem Teufel aus dem Arsch gekrochen. Er sei voller Teufel, voller Lügen, voller Gotteslästerung, Abgötterei, Stifter derselben, der Abgötterei, er ist Gottesfeind, Widerchrist, ein Verstörer und Zerstörer der Christenheit, ein Kirchenräuber, ein Schlüsseldieb, ein Hurenwirt, Sodoma Vogt, also Vogt der Sodomiten und was droben mehr gesagt ist. Dieser Satz hat mich damals dazu veranlasst, das Buch zu besorgen und dann zu lesen. Aber wir fahren im nächsten Absatz auch Seite 76 fort. Und wenn der Papst sonst nichts hätte getan, dann, dass er sich selbst gesetzt hat über alle Kirchen und Bischöfe, aller Richter zu sein, sich von niemandem richten noch straffen zu lassen und also dem Teufel und Fleisch dem Zaum gelassen und freigemacht, den Mutwilligen zu Uben, wie am Tage ist, und Judah in seiner Epistel, Zitat, Die sind gottlose und ziehen die Gnade unseres Gottes auf Mutwillens und verleugnen Gott und unseren Herrn Jesum Christum, den einigen Herrscher, Ende Zitat aus Judah Vers 4. So wäre doch das einige Stück Mahlzeichen genug, dabei man den Papst erkennen könnte, dass er gewisslich der rechte, endliche Gräuel, der Ende Christ sein müsste. Denn rechene du selbst, die heilige christliche Kirche hat den Heiligen Geist und das Evangelium oder Gottes Wort, wie da selbst niemand leugnen kann, damit sie soll das Gute lehren, das Böse straffen, wie sie denn tut und immer getan hat. Nach dem Spruch Christi aus Johannes 16, Vers 8, der Heilige Geist wird die Welt straffen um die Sünde, etc. Über dies Wort will der Papst sitzen und vom Heiligen Geist ungestraft sein, das heißt, über Gott sitzen, das das Wort ist, wie St. Paulus im 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 4 sagt, der sich setzt, wieder und über alles, das Gott heißt oder Gottesdienst ist. Nun kann man Gott nicht höher dienen, denn mit seinem Wort. Darüber der Papst sitzt und da wieder tobet, wie alle seine Dekrete brüllen und rasen. Ein wichtiger kleiner Absatz, wo wir ganz deutlich daraus ersehen, dass der Papst überhaupt nichts und niemand nicht richten kann, außer er tut es auf Basis der Bibel und das tut er eben nicht. Deswegen steht ja in Johannes, der Heilige Geist wird die Welt straffen um die Sünde. Über dies Wort will der Papst sitzen und genau tut er, der Papst, wie von St. Paulus im 2. Thessaloniker 2, Vers 4 bereits gesagt, der sich setzt, wieder und über alles, das Gott heißt oder Gottesdienst. Also, ich möchte das jetzt wirklich nochmal eben anholen, 2. Thessaloniker 2, ich werde da irgendwann mal ein ganz eigenes Video von machen. Dieses ganze Buch der Thessaloniker, also das ganze 2. Kapitel ist so furchtbar wichtig. Das handelt von nichts anderem als von dem Antichristen. Das hier steht, dass ihr euch nicht bald bewegen lasst von eurem Sinn, noch erschrecken, weder durch Geist, noch durch Worte, noch durch Briefe, als von uns gesandt, dass der Tag Christi vorhanden sei. Lasst euch niemand verführen, also lasst euch von keinem Menschen verführen, in keinerlei Weise, denn er kommt nicht. Es sei denn, dass zuvor der Abfall komme, und offenbart werde, der Mensch der Sünde und das Kind des Verderbens. Dieser kleine Vers lasst euch niemand verführen, in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, Jesus Christus kommt nicht. Es sei denn, dass zuvor der Abfall komme, und der Antichrist offenbart werde, der da ist ein Widerwärtiger und sich überhebet über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also, dass er sich setzt in den Tempel Gottes, als ein Gott, und gibt sich vor, er sei Gott. 2. Thessaloniker 2, Vers 4 und ein paar davor. 3. Deutlicher kann man nicht machen, dass der Papst der Antichrist ist. Paulus sagt es, lasst euch nicht von irgendwelchen Menschen verführen, Jesus kommt nicht wieder, es sei denn, zuvor kommt der Abfall, und der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens, wird offenbart, der ein Widerwärtiger ist, sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, der sich setzt in den Tempel Gottes, wie ein Gott, und vorgibt Gott zu sein. Und das ist nach allen Dekreten, Bullen, römisch-kanonischem Recht und allen anderen Schriftstücken aus Rom, aus der römisch-katholischen Kirche, kein anderer als das Papsttum. Jeder Papst in sukzessive Folge des Amtes, vom ersten bis zum heutigen bis zum letzten. Dann kommt Jesus zurück. Wenn auch der Letzte es endlich mal verstanden hat, das Papsttum ist der Antichrist. Es gibt keine wichtigere Lehre in diesen Endtagen als das, weil sonst folgen wir alle einer Lüge. Was sagt weiter der Herr selbst hierzu? Matthäus 18 spricht er, sündigt dein Bruder, so straffe ihn alleine. Höret er dich nicht, so nimm einen oder zween zu dir. Höret er die nicht, so sage es der Gemeinde. Höret er die Gemeinde nicht, so halt ihn als einen Heiden und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet. Und so weiter und so weiter. Was will hier werden? Hier wirft der Herr alle, die so sündigen, unter die Straffe erstlich seines nähesten Christen und will kürzum, dass er sich solle straffen lassen. Wo er sich nicht will straffen lassen, so ihn die Gemeinde straffen. Will er die auch nicht hören, da merkt, was der Herr sagt, so halt ihn für einen Heiden und Zöllner. Hier wird nicht allein der Kirchen und einer jeglichen Kirchen, sondern auch dir und mir geboten, dass wir den Papst sollen richten, verurteilen und verdammen mit einem Urteil als eines Öffentlichen der richten Kirchenstuhls verdammt einen Heiden und Zöllner. Denn er will nicht hören, noch sich strafen lassen, weder von einem, noch von zweien, auch nicht von der Gemeinde, ja, selbst nicht von der ganzen Christenheit, wie er tobet durch viel Dekret und Dekretarien. Will dazu solch noch gerühmet sein und wohlgetan heißen und die Christen zwingen, solchen Gräuel gehorsam zu leisten, zu loben und anzubeten als eine göttliche Wahrheit. Hier darf's keines juristischen Prozesses, noch des langen Rechten, Exzeption, Appellation, alle Sachen sind notoria de facto e jure. Offenbärlich ist die Tat des Papsts, offenbärlich ist das Mandat unseres Herrn, Jesu Christi. Ach, ich schweige still, Jurist, Theologen, Kaiser, Könige, ja, auch die Engel im Himmel und alle Kreatur! Es redet, hie und richtet, der nicht Frauenmilch, sondern Jungfrauenmilch gesogen hat und am Kreuze so arm gewesen, dass er nicht hatte Raum, sein Haupt zu legen. Und doch, da selbst das Paradies und Himmelreich schenkt dem Schächer und in der Krippen von allen Engeln im Himmel angebetet ward, ja, derselb Herr ist's, der hier urteilt und spricht. Der Papst soll ein Heide sein, weil er nicht hören will, sondern rühmet dazu als eine große Heiligkeit solchen seinen verstockten Ungehorsam. Denn ebenso befahl er den Aposteln, sie sollten alle Welt straffen, um der Abgötterei willen, die offenbärlich da war, und nicht zuvor sich ins Recht begeben mit dem abgöttischen Heiden, sonst werden sie nimmermehr zum Predigeramt kommen. Demnach nehme ich der heiligen christlichen Kirchen, ja, des Herrn Jesu Christi Urteil an und verkünde es mit dieser Schrift, wie ich auch oft getan, allen, die es nicht wissen oder verstanden, Dass der Papst, ja, das Papsttum selbst, wer es nicht hören will, noch kann, für seinen Dekreten, Eitelheiten und heidnisch-sündlich-Ding, von Gott verdammt und aus seiner Kirchen verworfen, das ist des Teufels, und unchristlich Regiment sei, dafür sich jedermann segnen und zu fliehen, da wieder zu beten und zu tun schuldig sei. Ja, das ist, was Luther hier meint. Wir müssen gegen das Papsttum, gegen die Synagoge Satans, gegen den Antichristen beten. Und es gibt in der Bibel einen schönen Spruch über die Gebete des ehrlichen Mannes. Denn es steht in der Heiligen Schrift geschrieben, im Brief von Jakobus, Kapitel 5. Vers 16 Bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich gemeint ist. Also, wenn es ernstlich ist, steht hier, ich meine, wenn es ernstlich gemeint ist. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir müssen gegen den Papsttum, gegen die Synagoge Satans, gegen den Antichristen, den biblischen, historischen und prophetischen Antichristen als Rechtschaffene, als Gerechte beten. Aber nichtsdestotrotz verursachen diese Gebete oftmals, dass der ein oder andere aus der römisch-katholischen Lüge erwacht und da herauskommt. Das ist Martin Luther ja auch passiert. Martin Luther war Professor für Theologie in der römisch-katholischen Kirche. Und er hat das mit Überzeugung gelehrt und auch gelebt. Er hat auch mit Überzeugung sein augustinisches Mönchamt ausgeführt. Mit totaler Überzeugung, mit Hingabe. Er war davon überzeugt, in der römisch-katholischen Kirche seine Erlösung zu finden. Bis er sich anfing Fragen zu stellen, weil die Erlösung niemals sicher war. Und dann wurde ihm durch Gott die Bibel gegeben, als er noch in der römisch-katholischen Kirche war. Und durch das wahre Wort Gottes kennenzulernen, hat Martin Luther gemerkt, dass das, was der Papst auf der einen Seite lehrt, nicht das ist, was die Bibel auf der anderen Seite lehrt. Wenn aber die Bibel das unfehlbare Wort Gottes ist, dann lehrt der Papst nicht das, was Gotteslehre ist, obwohl er vorgibt, Gott auf Erden zu sein, wie wir gerade im 2. Thessaloniker Kapitel 2 Vers 4 gelesen haben. Und das ist der ganze Kasus Knacktus. Das ist der ganze Grund, worum es in diesem Buch geht. Dass wir merken, dass der Papst, der vorgibt, das Oberheit der Christenheit auf der ganzen Welt zu sein, nicht lehrt, was Gott uns durch sein Wort die Bibel mitteilt, sondern das Gegenteil lehrt. Und wenn wir zu der Erkenntnis kommen, wenn wir das begriffen haben, wenn wir das begreifen, dann begreifen wir auch, dass der Papst der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Und jeder, der das diskutieren will, der muss das tun auf Basis der Bibel. Aber die meisten Leute, die abstreiten, dass der Papst der Antichrist ist, tun das nicht aufgrund der Bibel. Die tun das aufgrund von irgendwelchen Lehren, die sie auf anderen YouTube-Kanälen gesehen haben, in irgendwelchen Videos oder hier und da mal in Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel oder ein anderes Buch gelesen haben, von irgendeinem Katholiken oder Jesuiten und dadurch in die Irre geleitet wurden. Gott sagt es ja selbst, er wird uns einen großen Irrtum schicken. Römer 1 möchte ich hier nochmal euch ans Herz legen, weil ich komme hier zum Ende der Lesung von heute, vom 3. Oktober 2017, am Ende auf Seite 77 und werde mir den Rest noch aufheben für noch ein oder zwei kommende Lesungen, bis das Buch dann durchgearbeitet ist. Ich danke euch bis hierher auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und Zuschauen und möchte nochmal kurz diesen kleinen Absatz vorlesen, der mich damals dazu veranlasst hat, das Buch überhaupt zu nehmen. Martin Luther sagt hier, Damit beendige ich die Lesung. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, wünscht euch noch einen schönen Tag, möge Gott euch behüten, schützen und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik They have done abominable works. There is none that doeth good. The fool hath said in his heart, There is no God. God tells us what to do. Some obey, some resist. The fool says in his heart That God does not exist. This is how the foolish justify The evil they have done. It takes a fool to say there is no God. Psalm 14 verse 1 The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. The fool hath said in his heart, There is no God. There is none that doeth good. The fool hath said in his heart, There is no God.